meine damen und herren der rekord wurde bereits wieder verbessert wir haben es jetzt hier zu tun mit einem fast schon stunden rekord eine stunde und zwei minuten für diese fahrt auf die kreiteralm sie sehen es ist noch frühlingshaft sie sehen es sind noch reste von schnee hier und ich bin natürlich vollkommen unbeschadet hier oben es ist verdammt hart der beste zu sein das kann ich ihnen sagen und hier sehen sie nun ein wirklich kompetentes bike mit einer echten suspension wild im gelände bewährt und natürlich hier eine scheibenbremse denn die scheiben sind wirklich das wichtigste elixier und hier die kurbel vollkommen intakt ein guter saft und noch mal scheibenbremsen hier und dann auch hier eine längstange und griffe